So, hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir uns von der Straße bis zur Kirche durchgeschlagen und der Alloman ist jetzt ein Energiewesen, angeblich. Die Kirche schauen wir uns mal an. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Gehen wir mal mit der. Benutzen wir sie mal. Wie sollte ich eine Kirche benutzen? Ach, beten? Nee. War noch so eine Idee. Sehe ich so stark aus? Ich fühle mich nicht so. Gut, Harvey, vielleicht kannst du was machen. Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Noch lachst du. Gut, aber wir gehen das Risiko ein und gehen rein. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätlosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren irgendwie. Jesus braucht keine Therapie. Er braucht einen Ernährungsberater. Eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Okay. Ja. Ach nee. Für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Ja. Könntest mir wenigstens helfen etwa. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Ja. Ja, das ist ja. Definitiv. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Boah. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Ja, das ist so, ne? Hat schon einen neuen Besitzer, der Alter. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ey, Alter! Was soll das, ey? Alter! Ich finde den Feuerknopf nicht. Wie gemein. Harvey? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, das zählt das. Ja. Äh, Zick-Zick-Sheriff. Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Wer glaubt das? Na, wer glaubt das? Schau mal an. Kanzel. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ja, das ist aber sehr weit entfernt. Nimm, Kanzel. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Äh, das kann ich verstehen. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Merke ich gar nicht. Ich bin nicht so der Pastor... Okay. Harvey? Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Ja. Nicht jetzt. Aber du dürftest nicht. So, gehen wir mal durch diese Tür. Hoch. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Und ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metalbands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplot's Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich ein Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals, Freunde in Marburg, besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplot's Crew Siegen. Das fand ich so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplot's Crew Siegen mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplot's Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Hm? Es hängt gut, wo es hängt. Okay. Rede mal mit Gottstags, Inc. Are you ready to rock? Yeah! Das wäre Blasphemie. Wäre es das? Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Achso, du sagst jetzt bei jedem Plakat das gleiche. Okay, Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Boah! Even Blacker Sabbath! Meine Lieblings-Death-Metal-Band! Was hältst du davon, Harvey? Boah! Even Blacker Sabbath! Meine Lieblings-Death-Metal-Band! Was hältst du davon, Harvey? Meine Abo! Was hältst du davon, Harvey? Wow! Meine Lieblings-Trash-Metal-Band! Ach, Mann! Aber hab's schon wieder getan! Weißt du, wieso ich... Ach... Was hältst du davon, Harvey? Wow! Sacrilegia! Meine Lieblings-Speed-Metal-Band! Was gab's noch? Ach, das Buch! Das schauen wir uns mal an! Au! Ups, äh... Wuh... Äh... Hä? Hehehehe... Äh... Richte... Aus... Um... Hm... Äh... Fernseher! Schauen wir uns mal den Fernseher! Es läuft ein Musiksender! Dann nehmen wir ihn doch mal an! Nicht doch, Harvey! Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären! Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen! Okay! Okay! High-Way to Hell! I'm on a... High-Way to Hell! Ich muss doch sehr bitten! Stimmt, wir sind immer noch in einer Kirche! Heheheh... Ich will das noch sehen! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Lass uns Zombie-Filme gucken! Später, Harvey! Dann passt du mich da auch noch! Ja, da hat Zerst das andere Recht! Ja... Nehmen wir den mal mit! Genau! In die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen! Ja? Geht's noch? Ja! Ja, machst du das nicht etwa? Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater! Wow! Keine Zeitmusik zu hören! Guck mal, Harvey! Eine Stereoanlage! Denkst du, was ich denke? Party! Schauen wir uns mal die Kopfe ran! Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen! Ja! Ja, ja, ja! Hey! Finger weg! Der war teuer! Entschuldigung! Hallo? Hallo? Komisch! Er hört nicht! Hallo? Keine Zeitmusik zu hören! Nie Zeit! Ein Heft! Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen! Okay! Hm... Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen! Ah! Heftig, heftig, heftig! Ja, ja! Ich auch! Deswegen... Das interessiert mich nicht, die Bohne! Hm... Harvey! Sieh nur, Harvey! Eine Fachzeitschrift für Gitarristen! Einfach-Dreizeitschrift für Exorzisten? Ja! Nein! Eine Fachzeitschrift! Für Gitarristen! Ach so! Dacht ich's mir doch! Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Weiß ich nicht! Jetzt müssen wir noch, äh, schauen! So! Ein Verstärker! Nicht schlecht! Nimmer! Hey! Finger weg! Der war teuer! Ich brauche Verstärkung! Dann bin ich dein Mann! Ja! Uh! Hey! Finger weg! Der war teuer! Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Ich bin dabei! Schon! Sieht gemütlich aus! Ich nehme das in mein cooles Ideen-Inventar auf, okay? Ja, das ist... Wenn du leck mich meinst, dann sag auch, leck mich! Ey, Harvey! Komm, Edna! Setz dich ruhig! Nein, ich muss weiter! Okay! Es wäre ja nur für einen kurzen Augenblick! Nein, und nochmals nein! Meine Polster sind so weit! La, la, la! Ich höre nicht zu! Versuchung ist stark! Wir sind stärker! Ich habe keine Zeit auszuruhen! Harvey, benutzt das Sofa! Sieh mal, Harvey! Ein Sofa! Nicht einschlafen, kleiner Kamerad! Wir haben zu tun! Gut, dann reden wir mal mit dem Pastor! Hallo! Du hast Besuch! Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen! Aber ich brauche Zuflucht! Warte mal! Du bist Edna! Die Tochter von Mattis Conrad! Was? Du kanntest deinen Vater? Überraschend! Deinen Vater kannte! Die Geschichte um deinen Vater ist legendär! Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein! Ich habe tatsächlich alles vergessen! Raus damit! Ich will alles hören! Ja! Ich denke, du solltest es erfahren! Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde! Ja! Er bekam die Todesstrafe! Oh! Ja! Ich habe das gehört! Aber ich kann es nicht glauben! Er ist es auch nicht gewesen! Ich wusste es! In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt! Wer nutzt die Orgel? Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig! Erzähl einfach weiter! Nein! Ich muss nachsehen! Ich bin ja gleich wieder da! Warte hier bitte! Und fass nichts an! Schon gut! Versprich es mir! Ja! Ja, ja! Ich fasse nichts an! Versprochen! Sehr brav! Bis gleich! Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles! Okay! Nimm mit Kopfhauer! Genau! Indy gibt's noch! Nimm mit Fenster! Nimm Heft! Mit dem Fach! Nimm Anlage! Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist! So! Jetzt bekommt der auch Strom! Und die Akustik ist dir auch besser! Okay. Okay. Äh. 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 Oh. Oh. Was ist? Oh. E. Äh. Äh. Oh. Äh. 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 Ich will nicht mit Kopfhörern spielen, sonst hätte ich den Verstärker auch nicht hier rausschleppen müssen. Wenn ich benutze, mache ich den wieder aus. Nutze es. Okay, machen wir es einfach mal an und gehen hier runter. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf dem Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Und hinten sogar auf die Treppe und so. Wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Ja, aber hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.